Trotz der Karnevalsfeiern haben sich die Kölner natürlich intensiv auf die Aufgabe beim Tabellen 2. Leipzig vorbereitet. Dabei ruhen die Hoffnungen auf der stabilen Defensive und natürlich auf Anthony Modest. Trotzdem ist die Situation natürlich so, dass wir versuchen dort mit unseren Tugenden, mit unserer Spielidee etwas mitzunehmen, was man halt auch weiß, dass es in Leipzig auch von der Statistik her und von den Ergebnissen her alles anders einfach werden wird. Nach Angaben des 1. FC Köln werden etwa 3000 eigene Fans nach Leipzig reisen, um die Mannschaft zu unterstützen. Einen Appell an sie, auf provokante Spruchbanner zu verzichten, hat es seitens des Vereins nicht gegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017